Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Infovideo und zwar geht es um ein neues Format was auf unserem Kanal erscheinen wird und zwar geht es um Handygames. Ich habe mir gedacht, also das Format ist komplett nur von mir, das werde auch nur ich betreiben, also in erster Zeit jetzt dass ich jede Woche ein Video rausbringe über ein aktuelles Handygame und es wird nicht immer ein Brandneues sein, also was die Woche gerade rausgekommen sei jetzt am Anfang werden natürlich erstmal nur Sachen kommen, die ich selber kenne, die ich auch selber spiele und ich werde dann, vielleicht werden es auch mal irgendwann zwei Videos in der Woche je nachdem wie ich das schaffe, aber jedenfalls werde ich immer kurz was zu dem Spiel sagen, ein paar Fakten, dann werde ich das Spiel spielen, das Konzept vorstellen, worum es in dem Spiel geht und werde sagen, was ist gut, was ist nicht so gut, wofür es gedacht ist, also sag ich mal für welche Gruppen, ob es jetzt eigentlich ein Spiel ist, wo man wirklich mal eine Stunde spielt oder was einfach nur, was man im Bus spielen kann oder so, zwischendurch eine Minute oder so ja und heute kommt die erste Folge, also die wird ein paar Stunden nach dem Video, was jetzt nach diesem kleinen Infovideo erscheinen und ja, schaut auf jeden Fall mal bei und bis dann, ciao